Dimensionen Hedwig Stocker war Aufseherin in der Haftanstalt Stein in Krems. Am 15. März 1941, mitten in der Zeit des Nationalsozialismus, trat sie ihren Dienst als Oberwachtmeisterin an. Und sie ging erst 1950 in Pension. Der Historiker Robert Streibl hat sich nicht vom Offensichtlichen in die Irre führen lassen. Die Aufseherin. Die ungewöhnliche Geschichte der Hedwig Stocker. Von Ulrike Schmitzer. Wenn man natürlich nur die Daten so sehen würde, würde man sagen, ein typisches Beispiel, die Kontinuität von der NS-Zeit in die Nachkriegszeit und ein typischer Fall. Wenn man genauer hinschaut, sieht man natürlich, warum sie so lange beschäftigt war. Sie hat dort angefangen in der Haftanstalt und hat innerhalb von wenigen Monaten offenbar so ein gutes Verhältnis zu den Insassinnen gehabt, sehr viele politische Frauen, die aus politischen Delikten inhaftiert waren, dass es ja eigentlich fast unglaublich erscheint. Wie kann Robert Streibl das wissen? Es war ein Zufall, der ihm geholfen hat, eine Zeitreise zu machen. Bei der Recherche für ein Buch über die Arisierung der Weingenossenschaft Winzer Krems führte er unter anderem Gespräche mit der Familie Zillner und dem Sohn des Winzers. Ich bin zu dem hingekommen in die Wohnung und er hat mir die Geschichte von seinem Vater erzählt und er ist jetzt auch immer der Winzergenossenschaft und hat es nie verstanden, dass man die Geschichte der Arisierung eigentlich nie behandelt hat. Und wir reden so und sagt dann plötzlich zu mir, ja, meine Stiefmutter war ja Aufseherin in der Haftanstalt Krems und wir haben Unterlagen und wir wissen jetzt eigentlich nicht, was wir damit machen sollen, sind sie daran interessiert. Und ich sage sofort, ja, das ist ideal, er bringt das kleine Paket, zeigt mir das und ein Blick hat genügt, um zu sehen, das ist ein wirklicher Schatz, weil damit öffnet sich eine Tür zu der Geschichte dieser Haftanstalt, die man sonst, hätte ich sonst lange suchen können. Dieser zeithistorische Schatz birgt Briefe, gebasteltes, Gedichte und Karten, die die Gefängnisaufseherin aufgehoben hat. Die Insassinnen schreiben ihr Geburtstagskarten, dichten für sie, gratulieren ihr zum Muttertag und haben angefertigt ein kleines Herz, das sie genäht haben. Wie eine Blüte kann man aufmachen und jedes Herzblatt hat eine Frau beschrieben, schreibt einen Spruch rein, bedankt sich für die Behandlung und so weiter. Und das ist aber in der NS-Zeit ihr übergeben worden. Das heißt, eigenartig, wenn man es jetzt so nimmt, dass man sich das trotzdem auch getraut hat, einer Aufseherin so ein Geschenk zu machen, also da muss auch die Stimmung und das Klima im Gefängnis, zumindest bei einigen, so gewesen sein, dass das irgendwie möglich war. Dieses Material eröffnete dem Historiker nicht nur die Geschichte der Aufseherin, sondern auch die Namen der Frauen, die inhaftiert waren. In Krems an der Donau gab und gibt es zwei Gefängnisse. Das große ist jetzt die Justizanstalt, früher Zuchthaus Krems, ein Männergefängnis. Und dann gibt es noch ein kleineres Gefängnis, direkt im Zentrum der Stadt, das jetzige Landesgericht. In beiden Gefängnissen waren politische Häftlinge eingesperrt, erklärt der Historiker Robert Streibl. Insgesamt waren in der Haftanstalt Krems rund 100 Männer und 100 Frauen inhaftiert. Und man kann sagen, was jetzt die Frauen betrifft, das gesamte Spektrum des Widerstands gegen den Nationalsozialismus war hier vertreten. Von Kommunistinnen bis Monarchistinnen, von Freiheitsbewegung bis über Personen, die schwarz gehört haben oder aus anderen Delikten, die man auch dem Widerstand zuordnen kann, dort inhaftiert waren. Das Gefängnis war sehr oft auch eine Durchgangsstation zu anderen Zuchthäusern, von Eichach zum Beispiel oder anderen Zuchthäusern, wo ich zugebe, von denen habe ich vorher noch nie die Namen gehört, weil ich mich damit auch natürlich so nicht beschäftigt habe. Der gesamte Widerstand war hier für Wochen und Monate eingesperrt. Die Dokumente ermöglichen jetzt erstmals, die Geschichte der Frauen und des weiblichen Widerstands zu schreiben. Es gibt zwar Eingangsbücher, aber die sind nicht vollständig. Streibl ist derzeit dabei, sie auszuwerten. Ihn interessiert auch, wie das Verhältnis zwischen kriminellen und politischen Häftlingen war und wie viele Zwangsarbeiter eingesperrt waren. Das ist ein spannendes Thema, wo man jetzt dazukommt, aber in der Zwischenzeit weiß ich, wie ich hätte suchen können, wenn ich das schon vorher mache, weil es geht natürlich im Dokumentationsarchiv, ist es verständlich leicht, das zu finden. Und ich habe dann auch tatsächlich die Häftlingskarten gefunden. Also nicht die Häftlingskarten, sondern die Karten, die die Opferfürsorge nach 1945 angelegt hat und wo natürlich auch Fotos dabei sind. Und dadurch kriegt die Geschichte einen ganz anderen Charakter, wenn ich dann plötzlich die Gesichter der Frauen sehe nach 1945, weil dann sind es nicht nur eben Namen, sondern dann hat man auch ein Bild vor sich und dann kann man sich eine andere Geschichte vielleicht auch vorstellen. Hedwig Stocker, 1903 in Krems geboren, arbeitete zuvor als Kinderfräulein und war 18 Jahre lang in Privathaushalten tätig. Einer ihrer Dienstgeber war später ein prominenter Nationalsozialist. Der Rechtsanwalt Otto Mühlwert wurde 1938 Kreispropaganda-Leiter der NSDAP. In ihrer Dienstakte wird ihr Fleiß und ihr tadelloses Verhalten gelobt. Obwohl sie kein Mitglied der NSDAP ist, heißt es, politisch liegt jedoch nichts Nachteiliges vor. Eine brave, pflichtgetreue Aufseherin? Eine Nationalsozialistin, die bei Widerstandskämpferinnen so beliebt war? Hedwig Stocker war eine mutige, ungewöhnliche Frau. Das sollte sie noch unter Beweis stellen. Im Zusammenhang mit einer ihrer Häftlinge, mit Maria Pollack. Die 31 Jahre alte Maria Pollack war wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Mitwisserschaft und Nichterstattung der Anzeige gegen den Gatten inhaftiert. Dafür wurde sie zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Die revolutionären Sozialisten hatten feindliche Rundfunksender gehört und Hetzschriften verfasst. Maria Pollack soll zudem sechs Pistolen samt Munition von Tirol nach Wien gebracht haben. Kopf der revolutionären Sozialisten war Johann Haas. Er führte eine sogenannte KIP-Kartei mit Genossen, die die Gesinnung gewechselt haben. Rudolf Pollack, der Mann von Maria Pollack, beginn in der Haft Selbstmord. Viele Frauen, die in Krems inhaftiert waren, hatten für die Rote Hilfe gespendet. Maria Kießling war als Kassierin in der Roten Hilfe aktiv. Die kommunistisch geführte Rote Hilfe sammelte für KZ-Häftlinge und ihre Familien Spenden. Sie unterstützte Aktivisten, die untertauchen oder ins Ausland flüchten mussten. Sie verteilte auch Flugblätter, die zum Widerstand aufriefen. Vor allem Frauen hielten die Rote Hilfe am Leben. Für die Beteiligung an der Roten Hilfe fassten die Frauen mehrere Jahre Haft aus. Es gab jedoch noch zahlreiche andere Widerstandsgruppen mit engagierten Frauen. Die Dolmetscherin Hildegard Führing und die Mittelschulprofessorin Hedwig Bogenstein waren in der österreichischen Freiheitsbewegung aktiv. Ihr Ziel war die Errichtung eines selbstständigen, politisch unabhängigen Österreich, befreit von allem nationalsozialistischen Irrwahn. Nicht für alle lautete das Urteil Haft. Einige Häftlinge, die in Krems eingesessen sind, wurden zur Vollstreckung des Todesurteils nach Wien gebracht. So auch Edith Garderwitz. Edith Garderwitz war in einer Aktion von Kommunistinnen beteiligt. Sie schickten Kettenbriefe an Soldaten, in denen sie sie aufriefen, die Waffen wegzuwerfen und nicht länger für das Dritte Reich zu kämpfen. Edith Garderwitz über ihre Bahnfahrt von Krems nach Wien. In zwei Stunden ging der Zug, der Felix und mich nach Wien bringen sollte. Todeskandidaten durften nicht im Kremser Gericht bleiben, wo unsere Verhandlung vor einem Senat des Berliner Volksgerichtshofes stattgefunden hatte. Jetzt hörte ich Felix. Auch ich musste mich melden. Sie sollten nicht glauben, dass ich unseren gemeinsamen Kampf für Österreichs Freiheit gegen den Krieg bereute. Die Bahnfahrt von Krems nach Wien verbrachten wir zu viert. Felix, ich und zwei Justizbeamte in einem versperrten Waggon. Felix war außerdem mit Handschellen gefesselt. Es gab viel zu fragen und zu erzählen, hatten wir doch seit unserer Verhaftung noch nicht miteinander gesprochen. Außerdem war es wichtig, sich abzulenken, gefasst und heiter zu erscheinen, denn meine Eltern standen auf der Plattform des Wagens und starrten uns ununterbrochen an. Edith Gardawitz hatte ein seltenes Glück. Das Todesurteil wurde in eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren umgewandelt. Die Zeit zwischen Mai 1944 und April 1945 hatte sie zuvor in Krems im Gefängnis verbracht. Interessant für mich war auch, wie lange die Hedwig Stocker den Kontakt zu ihren Häftlingsfrauen aufrechterhalten hat. Also es hat sich da eine rege Freundschaft entwickelt. Und der Stiefsohn, der Norbert Zillner, hat mir erzählt, als Bub ist er dann mit seiner Stiefmutter immer wieder nach Wien gefahren, um quasi alle ehemaligen Häftlingsfrauen zu besuchen. Und das hat sich in Erinnerung, das war halt so die Bandbreite des Widerstands. Er hat es nur an dem festgemacht, in dem einen Raum war halt klar, dass es eine Sozialistin war. In dem anderen Raum ist nur der Kaiser gehangen, mit irgendeinem Bild. Das heißt, man hat so irgendwie optisch mitbekommen, wie unterschiedlich diese Frauen waren. Aber alle hat sich geeint. Also alle waren im Nationalsozialismus eingesperrt. Wenn Hedwig Stocker Geburtstag hatte, kamen viele ehemalige Insassinnen nach Krems, um ihre Aufseherin zu besuchen. Eine Aufseherin, für die alle, die ihre Strafe abgesessen hatten, wieder rehabilitiert waren. Das Frappierende ist, dass natürlich, da sie nach 1945 weiterhin im Gefängnisdienst gemacht hat, also bis in die 50er Jahre, sie natürlich dann auch andere Häftlingsfrauen wieder zu betreuen hatte als Aufseherin. Dann sind plötzlich die ehemaligen Nazis im Gefängnis gesessen. Unter anderem auch eine Ärztin, die am Steinhof mitverantwortlich war für die Ermordung von Kindern. Interessant ist, dass die Hedwig Stocker aber auch diese Häftlingsfrauen so behandelt hat, so korrekt behandelt hat, dass die zu ihr auch ein persönliches Verhältnis entwickelt haben. Und es dann durchaus vorgekommen ist, dass zu den Geburtstagen plötzlich die einen Frauen gekommen sind und dann die, die dann freigelassen wurden, die nach 1945 eingesperrt waren. Ich habe mir das immer vorgestellt, es ist in der Familie, wird so irgendwie erzählt, man hat dann ein bisschen aufpassen müssen, dass die einen am Vormittag kommen und die anderen am Nachmittag. Im Laufe der Jahre war das dann nicht mehr so wichtig und da hat sich das dann auch vermischt. Es ist eine unglaubliche Vorstellung, dass die Zeit, die vergeht und dann beide waren eingesperrt und dann bei der ehemaligen Aufseherin trifft man sich zum Kaffee und redet dann über was immer. Während Robert Streibl versuchte, sich ein Bild vom Gefängnisalltag in Stein zu machen, entdeckte er die Geschichte eines griechischen Häftlings über seine Zeit in Stein. Das Buch war auf Griechisch geschrieben, Streibl ließ es übersetzen und gab es neu heraus. Die Geschichte des Nikos Mavakis ist im Verlag der Bibliothek der Provinz erschienen. Es ist die bisher einzige Beschreibung des Lebens im Gefängnis in Stein. Doch warum waren überhaupt Griechen in Stein inhaftiert? Als die deutsche Wehrmacht Griechenland verlassen musste, erklärt Robert Streibl, weil der Widerstand zu stark war, setzte die Besatzungsmacht politische Häftlinge in Züge und brachte sie ins Deutsche Reich. So kamen 300 bis 400 griechische Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen nach Krems. Haftdauer fünf bis zehn Jahre. Sophia Mavakis war eine von ihnen. Die Geschichte zwischen dem Nikos und seiner Frau Sophia ist so unglaublich, wie sie nur sein kann. Die Sophia hat schon mitbekommen, dass es Griechen im Gefängnis in Stein gibt und hat Zetteln geschrieben, die sie Griechen, wenn sie dann gelegentlich in die Haftanstalt Krems gekommen sind, irgendwie zugesteckt hat oder mitgegeben hat. Und so kommt es, dass ein Grieche nach Stein kommt. Dieser eine Grieche kommt dorthin in die Zelle und sagt, er muss jetzt ausweisen, hat mitgekriegt, dass das auch Grieche ist und fragt ihn dann noch den Namen und kommt dann drauf, dass das der Nikos Mavakis ist und sagt, ich habe eine Botschaft für die von deiner Frau und legt ihm die Botschaft unter den Abortkübel. Ein Zufall könnte größer nicht sein. Und so weiß der Nikos Mavakis, dass seine Frau nur wenige hundert Meter von ihm entfernt heingesperrt ist. Und wollte eine Botschaft zukommen lassen. Er hatte keinen Bleistift, stach die Botschaft mit einer Nadel aus und gab den Zettel dem Mitgefangenen mit. Sie schafften es, sich sogar zu sehen, denn die Häftlinge wurden in eine Patronenfabrik gegenüber des Zuchthauses gebracht. Und daneben hat es aber auch noch so eine Art Werkstätte gegeben, wo Matten geflochten wurden für die Abdeckung von Geschützen und Panzern, so aus Stroh. Und da sind auch Frauen eingesetzt worden. Die Sophia Mavakis hat es zu Wege gebracht, dass sie dort auch hinkommt und hat dann bei der Wasserstelle, wo man die Becher und so weiter gewaschen hat und weil es keine Seife gegeben hat, hat man die mit Sand gereinigt und hat dann organisiert, hat Lebensmittel organisiert, aus irgendwelchen Gründen, weil sie ja mit einer Aufseherin ganz gut war und hat diese Lebensmittel hineingeschmuggelt und hat sie im Sand versteckt. Und der Nikos hat es mitgekriegt, hat immer genau gewusst und dann ist er zur Wasserstelle gegangen, hat im Sand gebudelt und hat es irgendwie mitgenommen und hat es dann verstaut. Es ist natürlich irgendwann einmal aufgefallen, der hat immer einen Mantel angehabt, der ganz lang war und hat es immer in Futter ganz unten, ist es hinuntergefallen, das Essen. Und er ist immer gefilzt worden und die haben sich immer gewundert, sie finden nichts, aber sie haben nicht unten geschaut, sondern sie haben ihn nur oben abgegriffen. Weil sie mit einer Aufseherin ganz gut war, hat Robert Streibl gerade gesagt. Es gab viele Aufseherinnen, das muss nicht zwangsläufig Hedwig Stocker gewesen sein. Doch tragische Ereignisse kommen dazwischen. Der 6. April wird zum Schicksalstag für die Gefangenen von Krems. Die Geschichte der Hedwig Stocker hat dann noch eine dramatische Wendung genommen gegen Kriegsende. Am 6. April, als dieses Massaker im Zuchthaus Stein stattgefunden hat, hat es auch die Befürchtung gegeben, dass die SS möglicherweise auch in die Haftanstalt Krems kommt und politische Frauen oder andere Häftlinge dort vielleicht auch exekutieren könnte. Am 6. April 1945 naht die Front heran. Wien war praktisch schon befreit, der Kremser Bahnhof schwer bombardiert. Durch die Zerstörung der Bahnverbindung bricht die Lebensmittelversorgung der Stadt zusammen. Die 1800 Häftlinge von Stein können nicht mehr versorgt werden. Was soll mit den Häftlingen passieren? Eine Weisung gibt vor, politische Häftlinge sind zu evakuieren oder auf der Stelle zu erschießen. Der Direktor, eine eigene Geschichte, war Nationalsozialist, war schon vorher Direktor, vor 1938 und ist dann Direktor geblieben, also bis 1945, wollte die Geschichte mit Liquidierung nicht mittragen und hat mit einem Häftlingskomitee, das es schon gegeben hat, verhandelt und man hat beschlossen, alle freizulassen. Die nationalsozialistischen Aufseher waren damit nicht einverstanden, haben das boykottiert und haben diese Freilassung als Häftlingsrevolte denunziert und haben in der Kreisleitung in Krems angerufen und haben gesagt, da sind die Tore offen, die Häftlinge sind bewaffnet, was zum Teil gestimmt hat, weil es hat ein paar gegeben, die sind als Bewachung am Tor gestanden, damit, wenn Tumult ist, damit das geregelt werden kann. Aber es war zwar ein Durcheinander, weil natürlich alle froh sind, dass sie rausgekommen sind, aber es war keine Revolte. SA, SS und Wehrmacht schießen wahllos in die Menge. Die Freigelassenen werden noch einen Tag später in der Umgebung gejagt und getötet. In dem Tumult kursiert das Gerücht, dass die SS auch in die Haftanstalt Krems kommt und politische Frauen exekutieren will. Der Leiter der Anstalt war offenbar nicht ein Nazi, wie man es erwarten könnte und hat die Frau Stocker zu sich geholt und hat gemeint, es gibt eine Frau, wo er befürchtet, dass da irgendwas passieren könnte und sagt zu ihr, nehmen Sie die Frau einfach mit nach Hause und verstecken Sie es. Ob das jetzt wirklich so war, kann man nicht sagen, weil die Frau Stocker ist schon lange tot. Das ist in der Familiengeschichte so tradiert worden. Faktum ist, diese Marie Pollack, die bei den revolutionären Sozialisten gewesen ist, ist tatsächlich von 6. April 1945 bis 8. Mai in der Weingartenhütte der Hedwig Stocker versteckt gewesen. Hedwig Stocker hat ihr Leben riskiert, um Maria Pollack zu retten. So verdiente sie sich auch den Namen der Engel von der Kasernenstraße. Stocker hat die Widerstandskämpferin Maria Pollack versteckt und wochenlang mit Lebensmitteln versorgt, was in dieser aufgeheizten Stimmung nicht einfach war. Die Zeit zwischen 6. April und 8. Mai waren in der Umgebung von Krems natürlich noch äußerst gefährlich. Es sind Leute erschossen worden. Es hat weiter Hinrichtungen in Stein gegeben. Es hat eine öffentliche Hinrichtung von drei Wehrmachtssoldaten, die im Stalag 17b im Kriegsgefangenenlager Dienst gemacht haben und denen Desertion vorgeworfen wurde. Die wurden öffentlich hingerichtet noch am 22. April. Das heißt, das Kriegsende in Krems war wirklich der Krieg erst am 8. Mai zu Ende. Und bis dahin war es für alle, die dagegen waren, mussten rechnen, auch verhaftet oder noch erschossen zu werden. Das letzte Gedenken an Adolf Hitler im Großdeutschen Reich hat in Krems stattgefunden, nämlich am 6. Mai. Noch am 6. Mai haben sich die Nazis und wer alle dazugehört hat im Stadtpark versammelt und haben ein Gedenken für den großen Führer Adolf Hitler abgehalten. Und die letzte Zeitung, die erschienen ist, ist am 8. Mai in der Früh erschienen, als Flugblatt, wo über dieses Gedenken noch berichtet wurde. Maria Pollack hat das Massaker und das Terrorregime überlebt. Eine Heldengeschichte machte Hedwig Stocker oder ihre Familie daraus aber nicht. Frabierend für mich ist, dass nie jemand über diese Geschichte so gesprochen hat, nämlich öffentlich. Es ist mir sehr oft passiert, dass Familien es positiv achten in ihrer eigenen Familie, was passiert ist, aber dass man sich immer gescheut hat, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil man sich da nicht ganz sicher ist, wie das dann aufgenommen wird, wann dann jetzt kommt, aha, die war damals gegen die Nazis und verstehe. Und es ist für mich ein erschreckendes Beispiel der Stimmung, die in der Nachkriegszeit offenbar geherrscht hat, dass man nicht stolz sein konnte, dass man eigentlich gegen das Regime war. Auch das Ehepaar Mavrakis überlebte die Haft und das Massaker von Stein. Die beiden sind nach Griechenland zurückgegangen, doch dort haben sie wieder Schwierigkeiten erwartet. Mavrakis wurde als Kommunist verhaftet und auf eine Gefängnisinsel gebracht. Erst 1950 wurde er freigelassen, ging nach Kreta, wo er mit Sophia seinen Lebensabend verbrachte. Nun hat Robert Streibl auch die Erinnerungen von Sophia Mavrakis bekommen und in Arbeit, denn eigentlich war sie die treibende Kraft, gegen die Nazis politisch aktiv zu werden. Und hier führt die Geschichte wieder zurück zur Familie Zillner, die dem Historiker die Erinnerungen der Aufseherin übergeben hat. Als ich den Besuch gemacht habe bei der Familie Zillner und ich das Material über die Hedwig Stocker bekommen habe, bin ich so in dem Wohnzimmer gesessen und sage dann plötzlich, schaue mich so um und sehe eine griechische Amphore auf dem Kamin stehen. Und ich sage dann, weiß nicht warum, die aufgefallen ist, weil es ist dort viel gestanden. Und ich sage, es ist interessant, waren Sie in Griechenland? Und daraufhin sagt er zu mir, naja, das ist von einer griechischen Häftlingsfrau, die hat uns das dann gebraucht, irgendwann nach 1945 hat uns die besucht. Und so bin ich draufgekommen, dass die Geschichte, die der Nikos erzählt mit der Aufseherin usw., dass das die Hedwig Stocker war. Sie hörten eine Sendung über die ungewöhnliche Geschichte der Hedwig Stocker, die Aufseherin, von Ulrike Schmitzer. Die Zitate haben Ute Mauern-Böck-Mosser und Sibylle Norden gelesen. Redaktion Armin.